So, und damit denke ich jetzt herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich mit euch gerne mal darüber sprechen, ob es jetzt sinnvoll ist, Silber zu kaufen, da jetzt die Kurse gefallen sind und so weiter und so fort. Gleiches Spiel übrigens auch beim Gold. Ich habe da so meine Meinung zu. Werde ich mit euch heute alles klären in irgendeiner Form, dass wir dann eine ungefähre Vorstellung davon haben, auch was meine aktuelle Einsicht bzw. Ansicht davon ist. Siehst, wird vielleicht viel überraschen, aber nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist und ich versuche das so gut wie möglich zu erklären. Aber bevor wir das natürlich machen, gucken wir uns wie immer an, wie es mit den Kursen und so weiter aussieht und natürlich auch mit dem, was ich hier heute mitgebracht habe, womit wir jetzt auch mal anfangen. Ja, da habe ich einmal diese Münze mitgebracht und zwar ist das eine Ein-Unzen-Münze von der Luna 3-Serie mit dem Motiv des Tigers aus dem Jahre 2022. Wirklich eine schöne Münze, ja, aber eben vielleicht nicht ganz so toll wie das goldene Design. Allerdings ist das goldene Design natürlich auch wesentlich teurer. Platin könnte man noch machen, dann hat man im Prinzip das Design vom Gold auf einer silbernen Münze. Ist ein bisschen günstiger als die Goldmünze, aber natürlich trotzdem ziemlich teuer. Weiter geht es mit dieser schönen Münze hier und zwar ist das die 2020er-Ausgabe von der Luna 3-Serie mit dem Motiv der Maus. Mittlerweile auch ziemlich im Sammlerwert gestiegen, nicht mehr sonderlich erschwinglich zu bekommen, leider. Nichtsdestotrotz eigentlich ein sehr schönes Design. Ebenfalls ein sehr, sehr schönes Design ist das hier und zwar ist das die 2021er-Ausgabe des Australian Wedgetailed Eagles. Bis zum heutigen Tag immer noch eines meiner absoluten Lieblingsdesigns jemals. Und als letztes habe ich auch noch mitgebracht meine eigentlich Lieblings-Kurant-Münze. Und zwar ist das die 1 Pfund Full Sovereign. Diese spezielle hier aus dem Jahre 1965. Ab und zu günstig zu bekommen, aber muss man eben je nach Angebot gucken. So, Gold- und Silberpreise. Hier an dieser Stelle einmal Silber eingeblendet. Seht ihr, ist heute schon wieder 2% gefallen. Sind jetzt bei so ungefähr 17,70 Euro. Sage ich gleich noch was zu. Und beim Gold hier an dieser Stelle auch eingeblendet ebenfalls gefallen. Sind jetzt ungefähr bei 1.650 Euro. Alles nicht so super toll, aber muss man jetzt halt mal erstmal mitleben. Jetzt also, Silber kaufen jetzt. Ist natürlich immer nur meine Meinung. Jeder von euch muss dazu seine eigenen Entscheidungen machen. Letzten Endes ist es für mich aber aktuell so, dass ich, und das will ich jetzt auch nochmal ganz klar dazu sagen, es hat nichts mit dem Metall-Silber zu tun. Ja, aber die Situation an der Börse ist eben gerade aktuell folgende. Es gibt kaum Katalysatoren dafür, dass Silber aktuell extrem steigen müsste. In relativ naher Zukunft. Das hat jetzt nichts mit in ein paar Jahren oder sonst irgendwas zu tun, sondern nur jetzt aktuell. Gibt es meiner Ansicht nach an der Börse nicht viel Katalysatoren dafür, dass Silber wieder auf den Wert steigt, den wir vorher hatten, bevor diesem Abfall, den wir jetzt in letzter Zeit verbuchen konnten. Gibt es meiner Meinung nach nicht. So, das heißt, was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Ich kaufe jetzt aktuell nichts nach. Das liegt an zwei Sachen. Erstens mal das, was ich gerade schon erklärt habe. Für mich gibt es aktuell wenig Katalysatoren dafür, dass das Silber jetzt wieder steigt. Allerdings ist es natürlich so, dass dieser Umstand dadurch ausgelöst wird, dass der Silberpreis, also nicht das Silbermetall, im Prinzip nichts wirklich mehr damit zu tun hat, wie viel Silber tatsächlich gebraucht wird, wie viel Silber tatsächlich zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist das ja der Preis, den wir aktuell haben. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Preis an der Börse, den es nur an der Börse gibt, der mit dem Silber eigentlich nichts zu tun hat, gehe nicht davon aus, dass dieser in näherer Zukunft, also jetzt in den nächsten, lassen wir es einfach mal so hingestellt, in nächster Zeit nicht wieder auf die über 20 Euro zurückgeht, die wir gesehen haben. Würde mich einfach sehr wundern. Wäre zwar eine ganz coole Geschichte, aber glaube ich eigentlich nicht und deswegen werde ich persönlich für mich jetzt auch noch nichts nachkaufen. Auch weil, und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, eigentlich gibt es sogar drei Punkte, aber wir gehen jetzt erstmal weiter zu diesem. Auch weil die Aufschläge eigentlich schon wieder das ausgelöst haben, dass wir nicht wirklich viel günstigere Preise haben als vorher. Also ich meine, wir sind jetzt bei fast 30% Aufschlag bei normalen Silberanlagemünzen und das würde mich auch einfach so extrem ärgern, die zu kaufen, dass es mir auch eigentlich keinen Spaß macht. Und sobald es mir keinen Spaß mehr macht, habe ich auch keinen Bock mehr, da jetzt groß irgendwas zu investieren. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht mein Geld für irgendwas ausgeben will und mich dann fragen muss, war das jetzt überhaupt intelligent? Habe ich das ganze Geld jetzt verbrannt? Möglicherweise ja. Habe ich da dann noch Spaß? Eigentlich nein. Deswegen, was ich theoretisch machen würde für mich, wenn ich jetzt welche hätte, die ich noch kaufen wollen würde, die ich noch nicht gekauft hätte, hätte ich theoretisch Seminomismatik und solche Geschichten gekauft oder hätte kaufen können und so weiter und so fort. Allerdings ist dann natürlich auch wieder diese Geschichte, ich habe ja gesagt, dass ich dieses Jahr jetzt erstmal keinen Silber mehr kaufe. Würde ich mich auch ganz gern dran halten, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen werde ich das auch erstmal nicht tun. Das ist im Prinzip die Kerngeschichte hier an dieser Stelle, weshalb ich jetzt erstmal keinen Silber kaufen werde. Und natürlich ist es auch noch so ganz klar, dass ich nicht davon ausgehe, dass Silber jetzt wieder demnächst auf keine Ahnung wohin hochgeht. Warum? Nun, weil der Silberpreis, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, der Börse gehört. Und da der der Börse gehört, kann die Börse damit im Prinzip aktuell machen, wie sie es möchte. Wie könnte sich das davon trennen? Das habe ich auch schon mehrfach besprochen. Jedes Mal fragt mich aber wieder jemand. Das kann sich im Prinzip ganz einfach von dieser Geschichte trennen, indem von der Industrie her das Signal kommt, dass das Silber, was Sie haben, nicht mehr ausreicht für das, was Sie produzieren möchten. Dann müsste sich dieser Preis von dem Börsenpreis trennen oder der Börsenpreis müsste eben sich auf ein bestimmtes Niveau anheben, sodass das dann wieder passt. Solange das nicht der Fall ist, ganz ehrlich, hat die Börse da die komplette Befehlsgewalt über den Preis von Silber. Und da ist, wie ich es eben schon gesagt habe, aktuell nicht viele Katalysatoren dafür gibt, dass ein pur börslicher Silberpreis steigt. A, nämlich keine großartig problematischen Krisengeschichten, jetzt gerade ganz aktuell. Das kann sich natürlich auch in ein paar Monaten wieder ändern, gar keine Frage. Aber jetzt aktuell ist es eben nicht so. Und natürlich haben wir auch noch diese Geschichte, dass aktuell einfach nicht wirklich viel irgendwo kommuniziert wird, dass es mit der Produktion von Silber oder sonst irgendwelche Probleme in Zukunft geben könnte, in näherer Zukunft. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es irgendwann so kommen wird, dass Silber im Prinzip einen neuen physischen Preis bekommt. Warum ist das nicht der Fall mit dieser Geschichte mit den Aufschlägen jetzt? Weil, Leute, diese Aufschläge zahlen nicht alle. Es ist halt einfach so. Die Aufschläge zahlen wir, die wir gezwungen sind, bei Händlern zu kaufen. Ganz einfache Geschichte. Und ich meine, letztendlich, das ist nicht eine Separierung von dem physischen und dem nicht-physischen Silberpreis. Das ist ein, wir Händler wollen unsere Gewinnspanne sichern und deswegen hauen wir da die Aufschläge drauf, Preis. Und ganz ehrlich, ich verstehe es, dass man denkt, ja, das ist eine gute Geschichte, ja, weil dann trennt sich ja der physische Silberpreis von dem Papiersilberpreis. Aber letztendlich ist das, was passiert, einfach nur, dass die Händler ihren festen Gewinn machen, ja, und das im Prinzip auf uns abladen, dass wir dann diese Aufschläge zahlen müssen. Weil diese Händler dann zu teureren Preisen dort eingekauft haben und diese dann einfach mal auf uns wieder abladen, wenn der Preis fällt. Finde ich nicht so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen mache ich das halt einfach auch nicht. Jetzt kommen auch bestimmt wieder 40, 50 Leute, die meinen, sie müssten jetzt hier mir erklären, wieso das doch eine ganz tolle Sache ist mit den Aufschlägen. Wisst ihr, ich habe da keine Lust mehr drüber zu diskutieren. Ihr könnt das einfach gerne kaufen für diese Preise, wenn ihr das möchtet, okay? Ja, gute Sache, gute Sache. Und wer das nicht möchte, kann ich auch absolut verstehen, weil ich selbst nicht möchte. Ganz einfach. So, wer es möchte, einfach kaufen. Wer es nicht möchte, einfach nicht kaufen. Bitteschön. Aber meine Meinung möchte ich ganz gerne trotzdem dazu gesagt haben. Ich finde es auch überhaupt nicht dramatisch, wenn man das jetzt kaufen möchte für die Aufschläge. Das ist überhaupt kein Problem, ganz klarer Fall. Aber man muss sich eben auch klar machen, dass man da keine Illusionen haben sollte. Das ist keine Separierung von diesen zwei Preisen. Das ist einfach nur ein Händler fixieren ihren Gewinn. Ja, sonst nichts. Da wird Gewinn abgesichert. Dafür das, falls ein Kurs fällt, genau, dass man da halt weniger oder beziehungsweise nicht weniger Gewinn macht. So, das ist das, was da passiert. Hat nichts mit irgendeiner Separierung von irgendeinem Preis zu tun. Also natürlich theoretisch schon, aber praktisch eben nicht, weil verschiedenste Sparten von Gesellschaften eben andere Preise dafür zahlen. Kann man jetzt nicht unbedingt Separierung nennen. Also Separierung von diesen verschiedenen Sparten natürlich schon, aber eben keine Separierung von physischem und Papiersilberpreis. So, Papiersilber muss ich auch nochmal ganz kurz an dieser Stelle feststellen. Papiersilber, damit meine ich nicht Silber, was wirklich eins zu eins physisch gedeckt ist, was man einfach im Internet kaufen kann und dort irgendwo in so einem Depot lagern kann. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit nur diesen komplett überhebelten Krempel, der an der Börse gehandelt wird, in Form von irgendwelchen Zertifikaten, wo eigentlich kein Silber vorhanden ist. Ja, Zertifikate oder sozusagen solche Geschichten, Derivate oder was auch immer, wo das Silber tatsächlich auch eins zu eins zur Verfügung steht, ist kein Papiersilber. Ja, meines Erachtens nach. Papiersilber impliziert es schon irgendwie so ein bisschen, dass es als Silber ausgeschrieben wird, aber eigentlich keins ist. Ja, das andere ist im Prinzip nur ein Zertifikat über den Besitz von Silber. Ja, das Silber, was wirklich eins zu eins hinterlegt ist. Dann kriege ich ein Zertifikat, dass ich dieses Silber besitze. Papiersilber ist was anderes. Da kriege ich ein Zertifikat, dass ich das Silber nicht besitze, im Prinzip. Ja, natürlich nicht genau so, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine, denke ich mal. Gut, jetzt sind wir aber auch echt schon wieder ganz schön abgedriftet. Kernaussage ist eigentlich nur diese. Ich würde aktuell keinen Silber kaufen, einfach aus dem Grund, weil ich keinen Katalysator dafür sehe, dass der Silberpreis in näherer Zukunft, wirklich sehr, sehr naher Zukunft, ja, wieder steigen wird. Ja, ich denke, dass das einfach nicht der Fall sein wird. Und das muss auch nicht mal eine schlechte Geschichte sein. Könnte dazu führen, dass die Aufschläge wieder runtergehen. Könnte dazu führen, dass wir eine bessere Kaufgelegenheit noch bekommen als diese hier und so weiter und so fort. Alles letztendlich positive Geschichten, ja. Wenn man jetzt sein Silber nicht verkaufen möchte, ist das nichts Negatives. Ja, das ist wirklich nichts Schlechtes, dass der Silberpreis dann auch mal wieder runtergeht, wenn man kein Silber gerade verkaufen möchte. Was man jetzt sowieso nicht tun sollte, wenn man nicht gerade in irgendeiner finanziell problematischen Lage ist, ja. Ja, und dementsprechend denke ich mal, ist das nichts Negatives, ist das einfach was, okay, wir beobachten es mal, vielleicht gibt sich da in Zukunft eine ziemlich gute Chance, wo wir auch wieder gut was einkaufen können. Vielleicht auch wieder ohne diese super nervigen Aufschläge, vielleicht auch wieder, was weiß ich, ohne dass zusätzlich auch noch der Preis relativ gesehen ein bisschen hoch ist, ein bisschen erhöht ist, ja. Solche Geschichten müssen wir halt mal abwarten. Das Gold-Silber-Ratio hat sich bis jetzt noch nicht so super krass verändert. Das ist relativ stabil. Warum? Weil Gold natürlich auch fällt. Ja, das heißt, das Ratio bleibt im Prinzip gleich. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, sollte Gold jetzt stabil bleiben, was ich auch nicht zwingend glaube. Ja, wie gesagt, auch da fehlt es an Katalysatoren. Wie gesagt, der Preis ist ein purer Preis von der Börse, ja, und dafür braucht man eben Katalysatoren. Da hat es jetzt nicht unbedingt was zu tun mit genereller physischer Nachfrage. Aber nichtsdestotrotz ist es da auch so, müssen wir halt mal gucken, wie es mit dem Gold-Silber-Ratio sich verhält. Und wenn sich das noch weiter in Richtung Silber verschiebt, ist es natürlich immer eine gute Gelegenheit, dann auch noch weiter Silber zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz denke ich nicht, dass man es jetzt extrem überstürzen muss, jetzt unbedingt was zu kaufen, weil das die letzte Gelegenheit des Jahrtausends oder was weiß ich was ist. Bestimmt nicht, Leute, ja. Also wenn man jetzt gerade was übrig hat und was investieren möchte, dann kann man das wie immer tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das nie wieder geben wird, ja. Das ist nicht so. Ich weiß, das ist immer das Top-Argument, was von allen Händlern genannt wird. Das ist aber Blödsinn, ja. Egal, in was für einer Zeit man sich jetzt befindet. Es ist totaler Blödsinn, dass man nie wieder irgendeine Kaufgelegenheit bekommt. Das passiert nicht. Hat es noch nie gegeben und wird es bestimmt auch niemals geben, dass man keine Kaufgelegenheit mehr für irgendwas hat. Also das glaube ich einfach ganz schlicht und einfach nicht. Kann es sein, dass man über längere Zeit hinweg nicht so tolle Kaufgelegenheiten hat? Klar. Aber wie gesagt, irgendwann kommt es auch wieder dazu, dass man wieder was gut kaufen kann. Die Frage ist halt, wie lange will man jetzt darauf warten? Das ist ja sowieso immer diese Frage. Das ist ja auch diese Geschichte beim Gold. Sagen ja auch immer alle, ja, Gold hält über Tausende von Jahren immer seinen Wert. Das ist richtig. Wenn man Tausende von Jahren warten kann, ist das vollkommen korrekt. Die meisten von uns können das nicht. Kurzfristig verändert sich die Kaufkraft von Gold definitiv. Ja, da brauchen wir uns nicht großartig weiter darüber zu unterhalten. Allein 2020 oder so ist Gold irgendwie 25% gestiegen, während die Inflation zeitweise negativ war. Da kann man ganz klar sehen, da ist die Kaufkraft von Gold fast ein Viertel hochgegangen. Dann gibt es auch wieder Zeiten, wo es mal wieder ein bisschen fällt. Das muss man eben, wenn man sich auf Jahre nur bezieht, mit großer Vorsicht betrachten, diese Tatsache, dass Gold immer die Kaufkraft behält. Das stimmt nicht, ja, einfach aus dem Grund, weil Gold eben auch etwas ist, wie ich es eben schon gesagt habe, was an der Börse gehandelt wird, mit viel Hebel und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es eben auch ein Preis, der sich gut und gerne auch mal ein paar Dutzend Prozent verschieben kann, ja, während die Kaufkraft dann eben auch Ähnliches tut. Also das muss man eben im Hinterkopf behalten, ja. Also man kann jetzt nicht heute Gold kaufen und erwarten, dass es in einem Jahr genau die gleiche Kaufkraft hat. Das wird nicht passieren. Also kann es, wenn man ganz viel Glück hat und krasser Zufall, aber normalerweise nein. Ist halt so. Mensch, jetzt haben wir heute aber auch wirklich wieder über alles Mögliche gesprochen. Letztendlich nochmal zum Fazit zu kommen. Man kann jetzt Silber kaufen. Es ist jetzt ein besserer Zeitpunkt, Silber zu kaufen, als das noch vor ein paar Monaten der Fall war. Definitiv. Gar keine Frage. Würde ich in die bezweifeln. Ja, spart man jetzt ungefähr, ja, gut und gerne, wenn man Glück hat, irgendwie sechs, sieben Euro pro Unze. Das ist signifikant. Definitiv, ja. Das heißt, jetzt ist definitiv ein besserer Zeitpunkt, Silber zu kaufen, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war. Muss man das aber jetzt? Ich denke nicht. Ich denke, es gibt definitiv noch andere Möglichkeiten. Wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwas investieren kann oder auch jetzt gerade nichts investieren möchte, gibt es auch bestimmt noch andere Gelegenheiten in Zukunft. Und wie gesagt, ich denke auch nicht, dass Silber jetzt in nächster Zeit, ohne dass irgendwas passiert, ja, wenn irgendwas passiert, ganz klare Sache, dann ist es natürlich wieder ein ganz anderes Spiel. Aber ohne dass irgendwas passiert, denke ich nicht, dass Silber jetzt in näher Zukunft wieder hochschießen wird. Glaube ich einfach nicht. Ich denke mal, wenn jetzt nichts weiter Schlimmes passiert, dann wird es sich so um den Dreh hier einpendeln. Würde mich überraschen, wenn es viel weniger, wenn es viel mehr als das tut. Ja, aber wir werden es abwarten. Vielleicht tut es das ja auch. Man kann ja keiner von uns hell sehen, aber das ist eben nur so ein bisschen meine Vermutung dazu. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe wie immer sehr, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, als ihr es sowieso schon tut, gerne Mitglied des Kanals werden. Super gerne natürlich auch alles Mögliche, was ihr sonst noch so anfragen und so weiter habt in die Kommentare schreiben, beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Super gerne natürlich auch das Video bewerten. Das würde mich ebenfalls sehr freuen und auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.